Okay, jo Leute, willkommen zu einer Runde Minigames. Wir werden heute online spielen mit fremden Spielern, halt. Ich habe aber, ähm, Spielschalt gerade für diesen, ja, für diesen Server jetzt ausges... Schattet? Habe ich das jetzt oder nicht? Ja, habe ich, okay. Okay, und, äh, ja, einfach so zum Spaß. Wollte mal eine Runde, ja, Minigames zocken hier, aber leider kein Zuschauer hier. Ich weiß, ist ein bisschen langweiliger dann, aber ist auch cool trotzdem. Beallt euch jetzt mal, ich will hier auch, äh, zocken. Alter, bekämpft euch doch jetzt, da unten ist doch ein, äh, bist du... Ist das jetzt der Scheiß ernst? Ist das den Ernst? Und wir sind mal wieder ein Nichts, Leute. Hier, wir sind wieder ein Nichts, warte, jetzt. Wir sind ein Nichts, ja. Also, äh, ich weiß ja auch nicht. Man ist ja eigentlich eine Fledermaus, die hier so rumfliegt, wenn man gerade nicht im Match so mitbettelt. Aber ich bin hier gerade ein Nichts, wieder mal. Ich will gerade nicht in der Ego-Perspektive, da seht ihr. So, wie so ein Kreativ-Skin, der gegen die Wand fliegt. Also, ja, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Jetzt diese Sicht, wo man sich so sieht halt, so, ne? Und das ist wieder die Ego-Sicht. So, ja, kämpf doch jetzt, Mann. Ja, schmeiß weg, Alter. Schmeiß einfach weg. Hat er eine Eisen-Use? Der hat eine Iron-Leggings. Los, und jetzt. Komm, baller ihn ab, oder irgendwas, Alter. Ich würde ja gehen kacken. Aber ja, gut. Oder? Ja, okay. Also, Leute. Also, Leute, meinte ich, ähm, ja, wir sehen uns gleich nach einem kurzen Cut. Nee, doch nicht. Jetzt geht er schnell hier. Los, trete doch bei, Alter. Ach, was ist das für eine Konsole hier? Ach, komm, geht schon, geht schon. Ja, und wir werden jetzt immer dieses Skelett spielen, wie Dena, sein Skin, oder Gommel, oder... Pff, Weif, Le Cooper, Nunan, und so weiter, und so weiter. Spack, Phönix, und so. Ungespielt, nee. Aber jetzt nicht so wie, zum Beispiel, Julian Bam, der Zockkrieg, auch keine Mühlenkraft, glaube ich mal. Ja, die haben wieder nur Scheiße am Start. Ja, verloren. Verloren. Ich kann nur verloren sagen. Wie er jetzt verfolgt, muss ich sein. Schöne. Okay, wir werden jetzt hier hochrennen. Das ist unsere einzige Chance, irgendwelche Truhen zu kommen. Da kommt schon direkt zu mir. Ach, du Shit, Alter, die steht da noch rein. Ja, verfolgt. Ja, er ist abgelenkt. Bei ihr, glaube ich. Wie, du kommst jetzt, Alter? Ich, ich, ich rasiere dich. Aua, ver... Scheiße, Alter. Fucking Shit. Los. Aber dann noch ein bisschen leiser machen. Damit ihr mich auch verstehen könnt. Ja, so. Oh, Shit, Alter. Das war MLG. Ja, das war MLG. Ähm, oh, Shit. Ich hoffe, gleich kommen wir in eine bessere Runde. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Ciao. Bis gleich. Bis gleich. So. So. Bis gleich. Jo, Leute, hier sind wir wieder im Match drin. Ich werde jetzt wahrscheinlich auch öfter cutten, ne? Ich konnte das halt nicht, weil... Oh, eine Steinschaufel. Eine Verbrennung, eins. Weil, ja... Ich hatte halt zu viele Videos auf meiner Box. Deswegen, ja... Löschen werde ich alle Videos, die ich jetzt nicht mehr brauche, so löschen. Ja, das ist schon alles. Das braucht ihr jetzt nicht wissen. Und ja, jetzt wird schon niemand in die Luft gejagt. Ja, klar. Ja, klar. Wir kriegen immer nur diese Scheiß... Leder... Guts. Ja, läuft bei dir, du. Schütze. Mensch. Mensch, Kinos. Schütze nicht. Nice. Ein Skill aber schon, Michael. Und das wollte ich euch nicht sagen, habe ich vergessen zu erwähnen. Heute Morgen habe ich Minigames gezockt. Richtig lange und habe nur jede einzelne Runde gewonnen. Ohne Spaß jetzt, Leute. Ohne Fun. Alter, sind wir echt Skiller heute? Sind ja alle richtig gut drauf, heute, hm? Ja, nicht zu vorlaut hier oder wie das auch immer heißt. Nicht zu... Scheiße. Fuck. Wir hätten ihn gekriegt. Wir hätten ihn gekriegt. Wetten. Wir hätten ihn gekriegt, Alter. Wetten. Wir nur ihn ein bisschen gehittet noch hätten. Oh shit, Alter. Jetzt will wieder ein nichts. Das gibt's doch nicht, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Oh shit. Okay, 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 okay. Bis... Ja, dann würde ich auch sagen. Bis gleich. Wir sehen uns beim nächsten Battle. Bis gleich. Ich tsche tsche... Woop! Ich tsche... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 heiß so das essen haben wir genug wir brauchen kein essen mehr da ist einer in der mitte nur noch ich und zwei stück also sind noch drei insgesamt im match hier ich würde ihn da unten mal angreifen bei diesem spawn öffne die doch also was sind das für scheiß lex hier alle der buch ist er denn als auf 9 die erteilung und wir müssen jetzt ein headshot noch mal headshot alle richtige headshot muss noch mal wieder was essen wir haben ex wir haben eine ex also jetzt eine ex nicht jetzt mit ex freundin oder so ex wir haben feuerbogen reich das ist mein reich alle wagtbar headshot stehe doch ich bin so schlicht und ich bin so jung der ist dahinter ich weiß dass du da bist der ist unsichtbar der ist unsichtbar jetzt sehen wir nur eine fliegende brustplatte werden wir nur sehen das ist ein schlappenspunkt der bringt mir richtig viel und das gefühl echt mein reich mit zweieinhalb herzen gewonnen das war ziemlich krass ok leute ich würde sagen das war es für diese kurze knackige runde mini games ja mach's gut ciao ciao und schaut bei allen anderen vorbei mach's gut ciao 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 ciao